Die Szenen, die die ganze Welt schockten und in einem Augenblick veränderten. Die emotionale Rede, die George W. Bush nach 9-11 hielt, ließ die Kongressabgeordneten von ihren Sitzen aufstehen, besonders an folgender Stelle. Wir werden unsere geheimdienstlichen Fähigkeiten ausbauen, um die Pläne der Terroristen zu kennen, noch bevor sie agieren, und um sie zu finden, noch bevor sie zuschlagen. In der Tat, edle Motive, besonders nach einer solchen Tragödie, aber 13 Jahre nach 9-11, glauben es einige nicht. Ich glaube, sollten wir jemals die gesamte Wahrheit erfahren, dann finden wir heraus, dass unsere Regierung exakt wusste oder zumindest ansatzweise wusste, was es für Pläne gab. Sie haben ja bereits erwähnt, sie seien gewarnt worden, dass irgendetwas passieren würde. Ein Jahr nach dem 11. September wurde der Commission Report mit der offiziellen Erklärung veröffentlicht. 28 Seiten wurden aus der öffentlichen Version gelöscht und sind noch immer geheim. Nicht nur ist ihr Inhalt vor der Öffentlichkeit geheim, sondern auch der Grund, warum sie geheim sind. Die wenigen, die die Seiten gesehen haben, drücken ihre Bestürzung aus. Man geht hinunter in einen bewachten Raum, ein FBI-Agent sitzt im Raum und man kann keine Notizen machen. Was könnte in den zensierten Seiten stehen, dass die Regierung so unwillig ist, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen? In den letzten 13 Jahren gab es viele Verschwörungstheorien um den Inhalt der zensierten 28 Seiten. Die Spekulationen reichen von unangenehmen Wahrheiten für einen der Präsidentschaftskandidaten bis hin zu Verbindungen der Attentäter zur saudischen Königsfamilie. Experten und Quellen aus der Umgebung der Untersuchung bestätigen, dass eine Veröffentlichung des Materials hilfreich wäre, um eine Menge wichtige Fragen anzusprechen. Außerdem sagen diejenigen, die Zugang zu den zensierten Seiten hatten, dass das, was sie sahen, sehr unangenehm war. Ich musste alle paar Seiten eine Pause machen, um das zu absorbieren und mein Verständnis der Geschichte der letzten 13 Jahre und den Jahren davor neu zu arrangieren. Es fordert von einem, noch einmal über alles nachzudenken und ich denke, das ganze Land sollte das durchmachen. Das wird schwer und könnte beschämend sein. Familien der am 11. September Verstorbenen haben Präsident Obama wiederholt gebeten, die Seiten freizugeben und er versprach, dies auch zu tun. So beschreibt einer von ihnen sein Treffen mit dem Präsidenten. Das war vor drei Jahren und es ist noch immer unklar, ob der Präsident sein Wort halten wird. 13 Jahre der modernen Geschichte und die Leben der Betroffenen sind geteilt in vorher und nachher.